Die doppelte Besteuerung von Renten ist mit dem neuen Wachstumschancengesetz nicht vom Tisch. Gesetzesentwurf bestätigt sogar diese Rechtslage. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte vor ein paar Tagen oder erst kürzlich ein Video zum Thema Änderung der Rentenbesteuerung nach dem Wachstumschancengesetz gedreht. Und ich hatte dort in dem Video zum Abschluss angekündigt, auch was zum Thema doppelte Besteuerung zu sagen. Das Thema doppelte Besteuerung von Renten ist ja ein Dauerbrenner in Deutschland. Und der Bundesfinanzhof hat im Jahr 2021 zwei wegweisende Urteile gefällt und hat dort mahnend den Finger erhoben und hat gesagt, liebe Freunde von der Politik, ihr müsst hier ein bisschen was ändern, denn ansonsten werden wir hier massenhaft mit Klageverfahren überrollt wegen doppelter Besteuerung. Es gibt also bestimmte Geburtsjahrgänge oder Rentenbeginnjahrgänge, wo klar für uns ist, dass hier doppelte Besteuerung vorliegt. Meine Damen und Herren, damit es auch gleich klar ist, wir selbst in unserer Kanzlei, wir reißen das Thema doppelte Besteuerung von Renten an, aber wir beschäftigen uns damit inhaltlich, also beruflich tatsächlich nicht dazu, wenn es Fragen zum Thema des tatsächlichen Nachweises der doppelten Besteuerung geht, gehen Sie bitte dazu zu Ihrem Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein oder lassen das dann auch tatsächlich vor Ort von Ihrem Finanzamt prüfen. Ja, also wenn Sie dort zum Beispiel bei einer Steuererklärung oder beim Steuerbescheid sagen, nee, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht, hier liegt der Tatbestand der doppelten Besteuerung vor, dann legen Sie bitte gegen den Steuerbescheid einfach Einspruch ein und tragen das dort vor und man wird Ihnen dann sagen, wie Sie weiter fortzufahren haben, aber ich würde Ihnen raten, gehen Sie dann lieber zu einem Steuerberater. Aber das nur am Rande. Also, das Gesetz zur Stärkung von Wachstum, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness, das Wachstum-Chancengesetz ist auf dem Tisch. Das ist federführend von Christian Lindner, Finanzminister, entworfen worden und dieser Referentenentwurf wird jetzt im Bundeskabinett in den einzelnen Ministerien erstmal geprüft, dann kommt er ins Bundeskabinett und wird dann hoffentlich auch in den Bundestag zur Beratung und zur Verabschiedung kommen. Es ist ein Bundesgesetz, also ich gehe davon aus, dass hier nur bundesgesetzliche Regelungen geändert werden sollen und somit möglicherweise hier der Bundesrat nicht die ganze Sache komplett blockieren kann. Aber das auch nur am Rande. Und in diesem Gesetz, das hatte ich Ihnen in dem vorhergehenden Video auch gezeigt, gibt es eine neue Tabelle und da wird ja praktisch der Besteuerungsanteil der Renten abgesenkt. Das heißt also, er wird verlangsamt von 100% 2040 auf 100% Besteuerungsanteil im Jahr 2058 und zwar beginnend ab 2023 nicht mehr mit einem Besteuerungsanteil von 83%, sondern nur noch von 82,5%. So wird es kommen. Aber, und als Begründung zu diesem Gesetzesentwurf hat der, auf Seite 140, hat der Gesetzgeber hier, also das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Änderungen vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs vom 19. Mai erforderlich sind. Der BfH hat in seinen Urteilen erstmals Berechnungsparameter für die Ermittlung einer sogenannten doppelten Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung definiert und damit die Kriterien für die Feststellung einer möglichen Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und der aus diesen Aufwendungen resultierenden Rentenleistungen vorgegeben. Doppelte Besteuerung. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, das sagt auch das Bundesverfassungsgericht, dass es in keinem Fall zu einer doppelten Besteuerung kommen darf. Um für zukünftige Rentenjahrgänge das Risiko einer doppelten Besteuerung zu minimieren, wird mit dem vorliegenden langsameren Anstieg des Besteuerungsanteils ein wichtiger Schritt umgesetzt. Hier haben wir schon mal einen ersten Hinweis. Der Gesetzgeber sagt hier, um für zukünftige Rentenjahrgänge das Risiko einer doppelten Besteuerung zu minimieren. Hier steht nicht das Wort auszuschließen. Das ist der erste Hinweis, warum es weiterhin doppelte Besteuerungen auch nach diesem Gesetz, nach dem Wachstumschancengesetz geben wird, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das steht sogar in dem Gesetzesentwurf drin und damit sage ich von höchster Stelle bestätigt. Die vorliegende Anpassung sowie die bereits umgesetzte Anpassung des Sonderausgabenabzugs werden jedoch nicht ausreichen, um die doppelte Besteuerung für alle zukünftigen Rentnerkohorten bis 2058 zu vermeiden. Zudem greifen für diese beiden Anpassungen erst ab dem Jahr 2023 und entfalten daher ihre Wirkung erst für die Rentenjahrgänge 2023. Und jetzt sagt der Gesetzesentwurf noch etwas ganz Wichtiges. Zur vollständigen Vermeidung einer doppelten Besteuerung sowohl für zukünftige Rentnerkohorten als auch zur Beseitigung von gegebenenfalls im Einzelfall bereits eingetretener doppelter Besteuerung in Bestandsrentenfällen sind weitere Regelungen erforderlich, die zeitnah in einem dritten Schritt gesetzlich geregelt werden. Meine Damen und Herren, dieser Absatz auf Seite 140 und Seite 141 des Referentenentwurfs zum Wachstum- und Chancengesetz des Christian Lindner sagt eindeutig, dass die doppelte Besteuerung nicht beseitigt wird durch dieses Gesetz, sondern es muss noch ein weiterer rechtliche Schritte eingeleitet werden, um die doppelte Besteuerung für Bestandsrentnerfälle, also für diejenigen, wo es schon eingetreten ist, die vielleicht auch gar nichts davon wissen oder aber auch für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die in Zukunft in Rente gehen, die doppelte Besteuerung zu vermeiden, hier noch weitere gesetzliche Schritte eingeleitet werden müssen. Das heißt also, dieser Absatz bestätigt, dass es weiterhin doppelte Besteuerung von Rentenbeiträgen und daraus resultierenden Rentenleistungen geben wird. Das sagt uns definitiv dieser Gesetzesimpfurt. Damit ist klar, dass die doppelte Besteuerung weiterhin auch Bestandteil der rechtlichen Auseinandersetzung von Rentnerinnen und Rentnern gegenüber dem Finanzamt sein wird. Das ist keine gute Botschaft, das ist keine gute Nachricht, aber ich muss auch dazu sagen, der Lindner ist zumindest hier ehrlich und lässt uns hier nicht im Regen stehen, sondern er sagt uns klipp und klar, es wird weiterhin doppelte Besteuerung auch nach diesem Gesetz geben. Ja, wie es jetzt weitergeht, wir müssen jetzt abwarten, was der Bundesfinanzminister, entweder in eigener Federführung oder dann ein anderer Bundesfinanzminister oder Bundesfinanzministerin dann hier für weitere Schritte einleiten wird. Ich kann mir aktuell nur eines vorstellen, dass man hier weitere Freibeträge einführt. Etwas anderes kann ich mir tatsächlich erstmal nicht vorstellen, um die doppelte Besteuerung tatsächlich zu vermeiden oder Bestandsbesteuerungsfälle tatsächlich dann auch letzten Endes rückwirkend hier aufzuheben. Aber warte mal ab, jetzt haben wir erstmal das Wachstum-Chancen-Gesetz auf den Tisch und wir sehen weiter, wie es dann in der Zukunft ausgeht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.